Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab April 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Oberkassel. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nöblierten Wohnung liegt bei ca. 46 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 900 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017